Ah, uh, ich wage es alleine zu gehen, zu mir zu stehen. Ganz auf mich geworfen zu sein und Fuß vor Fuß zu setzen, wenigstens dieses Stück weg. Und die Angst vor dem Alleinsein will ich erkennen und mich durch sie hindurch nur atmen. Will mich niemand anschließen, kein Mitläufer sein, kein Nachbeter, kein Anhänger, sondern ein eigenständiger Mensch. Will auf eigenen Füßen stehen, die Welt mit eigenen Augen ziehen und feststellen, dass ich getragen bin von mir selbst und von der Welt. Die Erde hält, ich laufe auf ihr. Ein freier Mensch, ein freier Mensch, ein freier Mensch. Untertitelung des ZDF, 2020